Ich sage es heute sehr deutlich und unmissverständlich. Mein Österreich ist mir zu wichtig und zu schüttenswert, als dass ich hier bei den Interessen des Landes faule Kompromisse eingehen würde. Freiheit, Neutralität, Wohlstand, Sicherheit, Souveränität, Zukunft für unsere Kinder. In all diesen Bereichen hat der faule Kompromiss keinen Platz, sondern es braucht ein Staatsoberhaupt, das sich kompromisslos für Österreich einsetzt. Und ich bin bereit, ein solcher Bundespräsident zu sein. Holen wir uns unser Österreich zurück.